Ich bin Anna und beim Essen sind mir Qualität und Herkunft wichtig. Ich kann mich darauf verlassen, dass die Lebensmittel aus der Region sind, wie der Schafskäse von Katharina. Ich kann mich auf traditionelles Handwerk verlassen, wie beim Brot von Gerhard. Und wenn es mir einmal zu stressig ist, verlasse ich mich auf Christian und weiß, dass er mit regionalen Zutaten kocht. Denn regionale Qualität erkenne ich sofort an unseren staatlich anerkannten Siegeln. Mach's wie ich und informiere dich auf dasistösterreich.at